Logistik Logistik Was ist Logistik? Logistik ist riesengross. Ich stehe heute mal den Fachbereich Lager vor. Aus dem gehört der Wareingang, die Lagerung und der Wareausgang. Ab 7 Uhr stehen bei uns die Tor offen für die ca. 15 Lastwagen, die uns pro Tag ansteuern. Logistik Damit wir die Qualitätsmerkmale, die der Kunde wünscht, erfüllen können, müssen wir die eingehende Ware kontrollieren. Wenn die Ware in Ordnung ist, wird nach den Betriebsvorschriften abgeladen und später beim Einbuchen noch einmal gründlich kontrolliert. Unser Hochregal hat 2500 Palettenplätze, wo wir ca. 600 Plätze für Papiere brauchen. Mit unserem Hochregalstapler, wo man mit der Kabine auf 10,5 Meter die Palette holen kann, haben wir im SVBL und im Betrieb eine Prüfung bestehen. Die Ware, die wir zu Kunden oder zu Partnerfirmen liefern, müssen wir auf den Transport vorbereiten. Entweder binden wir sie ab oder mit Folie einstretchen. Wir müssen immer darauf schauen, dass unser Material gut gesichert ist. Eine weitere Aufgabe vom Logistiker ist, ein Päckchen und Tabenpost zu frankieren. Warum die Lehr beim Stämpfchen? Ganz einfach. Willst du in jungen Jahren Verantwortung übernehmen und zeigen, was du kannst? Viele neue Leute willst du lernen kennen und dich für Logistik interessierst, bietet dir der Stämpfchen eine gute und breite Ausbildung vor Bestellung im Büro bis zur Entsorgung auf der Rampe. Zudem ist das Logistik-Team immer bereit, ihr Können und Wissen weiterzugeben und diese zu unterstützen. Ich wünsche euch das Video an,